In diesem Video sehen wir uns gemeinsam an, wo sich die Spracheinstellungen in der SAP Analytics Cloud befinden und wie ich diese verändern kann. Es geht vermutlich vielen so, die neu mit der SAC arbeiten, dass man zunächst etwas hilflos ist, wo sich die Einstellungen befinden und wie ich diese auch verändern kann. Dazu möchte ich etwas Licht ins Dunkle bringen und starte nun mit den Spracheinstellungen. Wir sehen hier, wenn ich die SAC öffne, ist die Spracheinstellung auf Englisch voreingestellt und ich kann diese im Menü unter meinem Profil ändern. Und zwar befindet sich dieses hier rechts oben im Menü und dort lassen sich nun Einstellungen vornehmen. Ich wechsle in das Menü Profilesettings und kann somit auf die Profileinstellungen navigieren. Darin sehen wir bereits, dass es nun Benutzereinstellungen gibt und hier die Sprache. Es gibt auch die Data Access Language, die ist ebenfalls auf Englisch eingestellt und auf den ersten Blick kann ich diese nicht ändern und muss deshalb bei genauerer Betrachtung auf diesen Bleistift auf Edit gehen. Dann kann ich diese Spracheinstellungen entsprechend anpassen und wechsle auf Deutsch und kann auch hier, gibt es sogar einen Infopunkt, was genau diese Data Access Language ist und zwar jene, welche bei einer Query mit einer Live Connection die Daten darstellt. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Einstellungen, wie zum Beispiel das Zahlenformat, das Datumsformat, auch die Währungen, sowie auch, was habe ich noch gesehen, Benachrichtigungen per E-Mail. Aber wir können uns das zunächst einmal auf Deutsch ansehen und dann nochmals in das Profil wechseln. Ich gehe hier auf Speichern und bekomme hier nun einen Hinweis, Change Language, we have detected that your browser language is set to English, would you like to change your language preference to match? Das bedeutet, dass mein Browser hier auf Englisch eingestellt ist und er schlägt mir vor, nun die Spracheinstellung wieder auf Englisch zu ändern. Ich möchte aber diese auf Deutsch beibehalten und deshalb möchte ich das nicht festlegen beziehungsweise kann ich hier Deutsch auf Ändern klicken. und kann das nun schließen und gehe hier auch auf Schließen und wir sehen, dass sich nun die Spracheinstellungen auf Deutsch geändert haben. Wie vorhin erwähnt, sehen wir uns noch kurz die Profileinstellungen näher an. Es gibt auch noch das Skalierungsformat, dann gibt es noch In-App-Benachrichtigungen. Das wäre sozusagen alles, was ich am Profil anpassen kann. Und es gibt aber auch noch die Einstellungen für die Startseite. Dort kann ich dann beispielsweise unterschiedlichen Hintergrund wählen, auch ein Logo, Benutzer definiert. Auch hier eine Standardregisterkarte. Interaktive Analysen, das kann ich ein- oder ausschalten. Und man bekommt schon ein Gefühl, wo sich sozusagen diese allgemeinen Einstellungen in der SAC sich befinden. Und falls du Fragen oder auch Ideen hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich freue mich sehr und freue mich noch viel mehr, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!